Nimm der auf, rein und auf. Ok, hey Leute, heute ist ein kleines Video mal. Ähm, weißt du so? Skyschein und EU, die haben die Lava kursiert. Das heißt, ich kann für ne gewisse Zeit wahrscheinlich gar nicht mehr. Ich kann auch weiterführen. Ja. Und dann, wenn ich auch mal so die Kritik starte, jetzt mach ich einfach so, band, nur, gegen, äh, so. Ein Teil halt, mit ein Kurs, einfach nur. Und ich liege, nicht, nicht liege noch. Oh, ja, solche Leute, die mag ich nicht. Da hab ich dann noch einen Gast dabei. Ja. Ein Gast? Hallo. Ah. Ich bin der Wieskeller. Ja, ja, wo bist du? Ich bin in diesem ganz, ganz großen Ofen und Kamin, besser gesagt. Ja, okay. Okay. Wo? Wo? Ein Kamin. Okay. Warte, ich mach mal, fall hoch. Ja. 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 Ja, ja, da kann ich mir dann, wenn man das still bewerten soll. Ja, toll. Lea... Ja. Die werden noch ein Rinkurgen. Die wollen wir noch. Ja, und mich zu unserem Kamin noch. ja gleich die werbung das freut mich immer gerne ja es ist so leicht mit dem den den ein spannender kommt ja hey gleich wieder ich hab dich getötet ja nur Leute hast du noch was zu sagen? hast du noch was zu sagen? ja oder nein? ja 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 oder nein hast du noch was zu sagen? ja und was? hm? und was möchtest du denn noch sagen? ist mir egal komm lass uns nicht auf den nächsten losgehen ja aber bitte aufspielen ok weil ja so Leute ich lass mal auch dann hm?